so und damit herzlich willkommen zurück zu fifa 16 spieler karriere spieler karriere mit es gesessen so trainer karriere das war's ja wir spielen jetzt in volsburg dominik ist nicht mehr da der den habe ich jetzt komplett eingewiesen wir stellen aber noch mal auf weltklasse so dann hätten wir auf weltklasse gestellt ok stadion in volsburg gegen den amtierenden meister das wird keine leichte aufgabe sein aber vielleicht kann ich ja den downeck für die nächste aufnahmesession wieder überreden dabei zu sein vielleicht hat er sich dann rehabilitiert ich habe da noch keine ahnung aber gut wir spielen in den bordeaux und trikots lea schüler wieder von anfang an da haben wir nichts geändert auch nach dem aluminium fest von lea schüler in der letzten partie das war keine gute idee musste da irgendwie irgendwie aufgehen habe ich auch noch dieser weiß mit rausgezogen ob das dann möglich war weiß ich nicht aber dabei war ja dann zum blick weg und die gelegenheit die ging dann neben den kasten flanke in die mitte haben wir den ball den haben die ersten darin ja lea schüler nimmt den ball mit ist an der verteidigung vorbei und da ist das tor lea schüler machte zwanzigste spiel minute ich werde verrückt treffen kann sie auch noch was will man da mehr was will man da noch mehr ist sehr schön neunzehnte spiel minute steht 1 zu 0 sehr überraschend dass wir hier gegen wolfsburg führen aber ich glaube wir haben so langsam aus der krise herausgefunden das war dann hier gegen wolfsburg treffen ist dann umso besser lea schüler mit der zweiten gelegenheit aber da war die keeperin na der fehlpass war dumm der war dumm und aha dieser weiß war da sehr schön sehr sehr schön noch mal rüber gehauen ganz wichtig da und den haben wir erstmal geklärt auf der linie mal sehen so was probiert ist irgendwie bekommt wieder den ball und lisa weiß wieder sehr schöne parade holzburg scheitert hier weiterhin an lisa weiß solange sie im tor ist weiß ich dass mindestens der punkt sicher ist und da hat er ja ja nee den haben wir jetzt nach vorne zwar mit zwei personen angreifen das ist wichtig ja jetzt vielleicht über die linke seite sie kann flanken das macht sie auch und da steht niemand bei ihr 1 zu 1 bitte das kannst du nicht so verteidigen peter mit dem tor und wolfsburg rettet sich weiterhin essen die deutlich spielbestimmendere mannschaft und dann kommt der treffer von peter 9 zu 3 schüsse also essen deutlich spielbestimmende aber und jetzt gibt es auch noch die gelbe karte für anjomi eigentlich kein gutes zeichen und dabei geht daneben drei minuten gibt es nur drauf so jetzt auf die hallo ich glaube wir bekommen da keine gelegenheit mehr müssen das nur noch verteidigen wir müssen das verteidigen ok 1 zu 1 das ist deutlich zu wenig also wir hätten hier gewinnen müssen dann ist nur ein einziger fehler da und dann machen sie halt auch den rhein ja das ähm und dann verliert auch noch bayern mann vierter punkt viertes unentschieden platz 7 aber ja zu wenig wir sehen uns in der nächsten folge bis dann und tschüss jilen j Yin jen 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 jen